Ciao und so dir, Freunde. Guten Tag! Guten Tag! Grüezi, Grüezi. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich irgendwo hier, wo er schon prophezeit hat. Wir sind wahrscheinlich gleich am Arsch. Numer du. Wo? commandments du? Was hieß, dieser Frisch roh? hören wir doch schon mit ziemlich scheiß Drei edition. Das ist wahrscheinlich der Ghostwriter. Er wird da jetzt ver bloque... Der ist physisch nicht einmal dazu in der Lage, dass er gleich gespielt. Perfekt neben mir die Spins gelandet. 10. Exit oder? 8,5. Zu viel Wasser. Zu viel Wasser. Die Landung. Hast du gerade wieder meine Landung bewertet? Ja. Wie kannst du das sagen? Hey Freunde. Wisst ihr was mir hier auffällt? Wir könnten hier wieder Probleme haben. Mit bestimmten Schweinebärmännern. Nö. Nö. Ok, doch jetzt weiter hab ich gesehen. Haben wir da irgendwas schönes für mich? Nö. Eine Battery? Nein? Nein wirklich nicht. Ok. Haben wir doch dort. Oh, oh scheiße. Das schaut schon mal ziemlich scheißiert. Und der Leck. Oh, das ist jetzt so. Das ist wenn die Kamera einmarsch ist oder? Ja. Das ist aber was für mich. Was hat der Typ gesagt? Hinter irgendwas. Hinter einer Lampe. Hinter einer Lampe. Ist das die Lampe? Na, das ist eine Kerze. Ja, aber das ist gar nicht die Kerze. Das ist so eine elektrische Kerze. Die Lampe beim Vierter. Da bist du im Vierter. Oh, Film. Oh, nice. Äh, ist da nur frei? Ok, dann gehen wir anders hin. Oh, mitte, mitte. Mitte, mitte. Na, eher so mitte hinten. Mitte hinten, mitte hinten. Mitten, mitte. Ne? Schau dir am Gullyplatz. Aber irgendwie ist da schon vorher. Ja, dann schauen wir uns den Film da ein bisschen an. Ist wie so. Wenn so ein Musikvideo läuft. Mhm. Hier ist jetzt diese besagte Lampe. Ist ja das die Lampe dann. Vielleicht ist es, vielleicht ist ein dummer Mann von dem Film. Das kann ich mir nicht dafür zeigen. Und man sieht irgendwie nicht genug, dass ich ohne den Ding renne, aber irgendwie... Ah, das ist scheiße. Du geh rein! Wo? Da? Ja. Oh, da ist Blut. Und ein Telefon. Die würde das gerne entweder rangehen oder auflegen. Und da ist nichts. Es ist schon aufgelückt. Äh, ich darf nichts mitkommen. Hallo? So wie geht's? Mach mal auf. Ah, das wird drinnen. Hallo? Ich kann gar nicht aufmachen. Ja, das wird drinnen. Ach so, er versteckt sich schon, deswegen. Da ist alles was. Oh, wieder irgendwo einen Wall Rider. Äh, da oder auffällig. Auffällig. Oh, da oben war die Lampe. Also wieder ... Euer, das wird schon mal sehen ... Nein Hallo ... Es ist ein ein einer ... Scary-o Scary-o? Was ist scary? Weißt du, dass du derjenige, der scary ist? Das wird voll durch den Kuhlück. Scheissiger! Du bist dein Arschloch! Was ist jetzt los? Ist du das? Achso. Na, kannst du was machen? Nein, nein, nein. Da ist das Kiel! Achso, er hat drüben aufgemacht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Dieses Ding kommt vorbei. Na, das ist der Haut auf. Okay. Ja, wir haben wahrscheinlich falsch eingesetzt. Äh. Ja. Weiter, los. Achso. Warum ist der Ton jetzt auch wieder schön? Weil die Putsche nicht so groß war. Das kann sein. Aber dann müssen wir eigentlich nie Ton haben wir unsere Videos. Ha! 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 Ja, ja. Ja, ich hab' schon groß zu bringen. So wie ich hier! Genau! Boah, schon was hab' ich da nicht geschafft! Wird mir schon Angst sein. Ja. Jetzt ist doch offen. Schliessen. Jetzt ist doch offen. Komisch, gell? Hm. Macht mir das Angst? Ja. Gibt es für mich Probleme? Ja. Sollte ich jetzt nicht wieder hingehen? Ja. 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 Ja ROM-Promzening. Da. Hallo. Na, zu offensichtlich, oder? Schweini! Sebastian Schweinsteiger! Oh fuck me! Sebastian Schweinsteiger! Es ist ziemlich dunkel. Es ist ziemlich scheißdunkel, aber ich warte mal kurz. Echt? Wirklich? Seht ihr dann da durch, wo er herkommen ist? Ja. Cool. 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 Ja. Ich glaube, jetzt ist der Time of my life. Also, fuck my life. I'm going out of here. Äh, dollern. Und da, oder? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist zu. Ja, ja. Sehr. 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 Immer rechts und links schauen. Ja. 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 Kima. Du bist immer so an der Grenze mit der Batterie. Ja. Immer genau. Immer so, genau so. Oh, hey du schwule Drecksau. Hä? Wie fand ihr das? Ist doch scheiße, hä? Wenn man keine Chance hat, diesen Schniedel da irgendwo reinzustecken, hä? He he. Ja, ja. Ich komm wieder. Und du wahrscheinlich auch. Wie geh du jetzt runter? Und du wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht schon. Oder vielleicht schon. Wo ist eigentlich dein Kumpel? Gute Frage. Ich glaube, ich werde gleich durchgefickt. Tja. Du wirst gleich durchgefickt, oder? Gleich doch. Äh, gleich doch durch. Beides so. Hundertprozentig. Soll ich da einsteigen? Nein. Der hat schon mal wen umgebracht. Ich glaube, das ist keine gute Rede. Das ist schweinig. Das war klar, dass da jetzt... Einsteigen los. Probier jetzt nicht jede depperte Tür. Fahr mal. Ah. Ja. Probier nicht jede depperte Tür. Du hast den Schlüsse ja sowieso immer schon dabei gehabt. Wieso hast du den Stock nicht probiert? Den haben wir ihn noch nicht probiert. WTF? Er hat geboren Schlüsse für den Scheiß nicht. Wo soll der sein? Da ist die Tür. Da ist die Tür. Das ist eine Küche. Ohhhh. Küchen sind gut gut. In Küchen gibt es Messe. Die ich nicht verwenden kann. Weil ich irgendwie zu blöd bin. Irgendwas zu halten. Außer meiner Kamera. Vielleicht bist du ein Pazifist. Das kann sein. Was versteht da schon wieder? Das ist wahrscheinlich ein Mann. Ja, aber kein netter Mann, wenn er immer ist. Auf jeden Fall. Er hat betrachtet wohl. Er ist ein Poet. Wow. Jetzt wird auf einmal die Musik da ab. Schau doch, er ist ein Poet. Er hat die Schlüsselkarte für dich. Er gibt's denn dann. Ja, einfach so. Ja, ist okay. Dann habe ich geschaut. Oh, du bist wieder. Hallo. Ich glaube nicht. Oh, wow. Voldemort. Das ist so ein Voldemort, ja. Ey, Lord. Ich war eh... Ich dachte, das wäre schon mal die beste Zeit gehabt. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr wirklich, was ich so diese ganze Kerke tun da. Ich weiß, dass ich da so mächtet habe. Genau. Gauwaddigitiert Motherfrier enough! Nummer Lan. Das ist ein 2017 Klassiker? in die Richtung ich glaube sie ist ein kleineres ich habe schon mal gehört echt? ja beim folgen vorher echt? oh mein Lieblingsserie kriegt er auch mal so ja, kriegt er auch mal so ich weiß schon aber die dann sich gar nicht wirklich weh das ist nur schon ok glaub's halt nicht ich glaube nicht, aber da ist ein paar Dinge so, oder? ich schau mal auf mich nein, nichts für mich nein, 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 nein ich bin nur noch mal reingegangen weil sie so nett rausgeschafft hat und jetzt werde ich hier durch diesen Schlitz gehen und das wird mir gefallen was tust du denn? tust du doch beten? nein, Pater Jürgen hat wirklich irgendwen zum beten bewegt oder hat es uns jetzt nicht tja, ich glaube das war's ja, ich glaube diese Folge endet hier na dann Freunde grütti bon voyage und bye bye